Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt und diesmal Tau Jim and Earl. Das ist, ich weiß es jetzt nicht, ob es ein Neues ist oder glaube ich, das ist nur das von damals. Ich habe es damals auf dem Mega Drive gespielt, aber das hat es schon die neue Hülle, so wie Sonic 3. Also normalerweise sind die Mega Drive Hüllen ja immer ringsherum schwarze Wiesen mit dem Bild und das war dann von den neueren Hüllen, wo oben blau und an der Seite blau waren. So wie Sonic 3, da war das auch schon so. Ich weiß gar nicht, aber damals war glaube ich der Text auch Deutsch, oder? Nee, Quatsch, Sprache. Nee. Ich weiß gar nicht, warum wir LaMontschippen haben. Wait, was? Ich weiß gar nicht, warum wir LaMontschippen haben. Wait, was? Du hast LaMontschippen nicht gefragt? Look, look, ist das Erde da? Wow, es ist so großartig und so quiet. Erl, crank up die Megawatt speakers und wir uns auf diese Erfens legen. Alright. Let's punch the bass, Erl. Fire up the auxiliary mega subwoofer. Okay, um... The red button. Yeah, but, uh... Don't press it. Okay. Erl, wait! No! You little... What's happening? What's happening? Why are we in the washing machine? Get me out of here! I don't think it was the red button. Oh, you think? And by the way, LaMont is gonna kill you. But I can't remember a game. I can't get the break. Well, big girl. I've played so many games. I'm gonna take this game in 4K and load up in 4K with 60 FPS. Ich weiß nicht, ob es HDR hat. HDR, Heiko, auszuschalten. Ich werde es nicht rendern, bearbeiten oder irgendwas dergleichen. Bei YouTube rendert es ja sowieso nochmal. Damit wir wirklich hier reines Spiel vernünftig sehen können. So wie ich es hier auch vor mir habe. Wir müssen aber erstmal... Sprachen. Deutsch ist eingestellt. Einstellungen. Audio einstellungen. Musik. Machen wir mal auf 50. Effekte Maximum. Alles speichert. Nein. Das wollen wir nicht. Ich habe ja keine Speicherdaten. Falschheitbares. Vorspannen. Online spielen. Mitspielen. Oh, online ist es jetzt auch? Also damals war es nicht online. Mega Drive hat ja keinen Online Modus. Ihr habt gespeichertes Spiel laden. Habe ich nicht. Machen wir mal ein neues Spiel. Wir machen mit Tutorial. Fangen wir mal an. So können alle Online Spieler dem Spiel beitreten können. Nein. Ich glaube das so sahen sie früher aus. Unsere Röte. Ich nehme den. Na wohl den Dicken. Der passt besser. Ich nehme den Dicken mit Boxershorts. Achso. Die haben aber Werte. Also die Schwindigkeit ist mit dem nicht so hoch. Ach nur mit dem. Kinderleicht. Ja mit dem Baby. Abbrechen. Das sind immer da. Okay. Falsch. Normal ist normal. Ich werde mit dem Babykopf. Beginne. Yes. Ja nicht wundern was ihr hier seht. Das sind die Katzen. Die liegen nur bei Bede hier. Der ist vollgefressen mit Leckerlis. Der hat mit dem Babykopf. Hat mit euren schweren. So viel spaß. Dein Mausi ist auch hier. Der liegt genau hier. Hier liegt. Okay. X. Ich weiß gar nicht mehr, war der damals auch so? Ich weiß gar nicht, das hört sich mal wie die Fahrgruhe. 1 Oh 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 oh, schöner Land. Ich kann das nicht schaffen. das schaffen wir niemals auf der halben strecke verrückt ein 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 hey ein 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 Oh, fuck, huh? Hey! voll freaky. damals haben sie sich noch mehr getraut. heute würde sich denke ich mal keiner trauen, so ein freaky jetzt spiel rauszubringen. oh scheiße. nein ich kann ihn nicht mehr steuern. ah jetzt. mann. scheiß armor engel sind dringend. mausi ist auch ganz fasziniert vom bildschirm gerade. was hier passiert. ich mach dir mal ein bisschen platz mausi. ladegeräte mal wegpacken hier. da hast du mehr platz. boah fucking engel. da hast du mehr platz. sagscher compliment stand da. haud sagscher Can't catch me, can't catch me! Money! Money! Thank you! Money! 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 Willkommen! Get under a doorway! Ja! Wo war's denn? Money! Ey! Ey! Hey, what are you out? Hey! Money! Nee, den will ich jetzt ehrlich gesagt nicht nutzen. Hmm... Hmm... So, wenn ihr das hier seid, geht's. ARD Text im Auftrag von Funk Money! Hey, cut it out! Money! Aloha! Oh! 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 Cat catch me! Cat catch me! Psst, I'll pay you! Hey, cut it out! Hey, cut it out! Help! Help! So, jetzt holen wir uns diesen komischen Löffel. ords a Saw Ach so, das ist vom Raumschiff das entweder okay. Okay. Exzalim. Oh man, schweck! Hey you! Money! hmm ok, jetzt werden wir gucken wird bestimmt jetzt anstrengender sind wir drei Tasten und Rhythmus ist nicht mein Ding ok, ist ja geil der muss jetzt nachmachen oder was coole Sache also auf jeden Fall haben sie dann mega mäßig so geil sah damals nicht aus das kann ich euch sagen ich kann mich nicht mehr an alles erinnern aber so geil sah das damals definitiv nicht aus wenn ich mir so das angucke damals war eigentlich immer nur ein Bild und dann war das so drüber glaube ich ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern aber so gut haben sie das damals garantiert nicht hingekriegt und dann die die sind und die 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 Hyperfunk Zone Hyperfunk Zone HFZ-Ändung Oh, da ist noch was Gehen wir noch mal durch Hyperfunk Zone Und Au 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 Das war's für heute. 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 So, jetzt müssen wir aber weiterkommen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Cool. Oh, Glück ist mir. Hmm. 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 Ich will noch mal klatschen. What is love? Ich fand, hier komme ich doch. Jetzt machen wir das mal mit. Da hinten ist der Fahrstuhl, aber das ist nicht der Fahrstuhl, der mich runterführt. Das war nach Zeit, nein. Ah, da ist der Telefon. Oh, das ist der Fahrstuhl. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, ich habe ihn nicht. Oh, das war's. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht ob der damals schon da war, dieser Cop da in diesem Rollerding, so war der damals garantiert nicht da, weil das gab es damals noch nicht, so ein Ding erinnert mich irgendwie an Kaufhaus-Cop. Oh, da, was machst du? Ich weiß, was ich noch nicht, oh, nee, nee. Ah, hier haben wir noch was gefunden. Das sind jetzt die Fahrstühle, ich nehme erstmal die... Oh, oh, das ist falsch. Dann gehen wir mal schnell wieder weg. Oh, nicht bio bio bio, ja, 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 komm, lass mich weg. Also ihr seht, es ist nichts Aufregendes. Einfach die Teile suchen, ringsherum laufen, bisschen was einsammeln, Bäume schütteln. So waren die Spiele damals. Nicht großartig aufregend. Also nicht alles, aber so eine kleinen Dinger hier. Ich habe Sonic auch geliebt und trotzdem mit Sonic Pistole nur... Immer gleiche, geradeaus. Ach, da ist es. Und schon haben wir das nächste Teil. Das kann ja schnell sein. Ah, ich bin schon wieder voll. Ich muss mal gucken, dass ich meinen... Bonuswert haben wir hier hoch, aber wir gehen jetzt erstmal schnell hin. Wenn ich ins nächste Level... Also Traumschub werden wir jetzt natürlich nicht zusammensetzen, ist klar. Ah, ich bin voll voll. Oh. Oh nein! Oh nein! Level 5 Also wiederholen an Level 6 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 Oh, ganz schön Oh nein! Oh nein! Wie geht das? Schnell weg! Achso, jetzt habe ich... War ich jetzt in so einer Fresszelle? Oder was? Da habe ich jetzt ja nicht drauf geachtet Hä? Doch! Ah, Level 5 Oh man! Ich habe nicht drauf geachtet Ob ich in einer Fresszelle bin Scheiße! Also nochmal hoch Das ist so abgedreht Im Prinzip ist das total lahm, das Spiel Rumloven, bisschen was sammeln Und Geld ausgeben Und das war es schon Und die Teile für das Raumschiff sammeln Aber das ist echt süß gemacht Und das ist so freaky Das das schon wieder cool ist Oh, verpick dich! Fuck, ich bin einer Boogie, boogie, boogie! Ich habe gedacht, ich kann schubsen Oh mein Gott! Sign my game! Sorry! Oh mein Gott! Oh, schau! Sign my game! Ups! Oh, ist doch nicht dein Ernst jetzt Oder was? Pssst 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 Pff… Pssst Pssst Das ist echt scheiße, wenn du da von so einem Viechern geschubst wirst und dann, wenn es unten oben, links ist rechts und oder oben ist links und unten, keine Ahnung. So, komm her hier. Oh mein Gott! Mängel! Dann komm dich mal hier runterblatt. So, Englisch. Ich hiel mir da auf und zünder die. Ja, vielleicht schaffen wir doch mal den Fluss nicht so fertig. Also, warum soll ich das machen? Ja, vielleicht bin ich... Das war's für heute. Das war's für heute. Och, Mensch. Ach, da oben ist das. Ach, und hier schon die Tele... Och, geil. Telefonzelle, wollte ich gerade sagen. Der passt doch noch nicht. Nicht Telefonzelle. Machen wir uns gleich mal vom Acker, wa? Level 9 schon, naja. Müssen wir das dabei fertig haben. Zwei Teile und dann ist das. Ach, das machen wir jetzt einfach nochmal fertig hier. Ah, Telefon. Wieso ist das weg? Wieso ist das weg? Wieso ist das weg? Wieso ist das weg? Unserial. Und dann ist das weg. Wieso ist das weg? Wieso? Wieso? Ich kann mich nicht mehr aufhören. Ich kann mich nicht mehr aufhören. Ich kann mich nicht mehr aufhören. Neeeein! Zeig mir jetzt wie ein Trophäe gekriegt. Falsche! Ach so, weil ich mehr als ich vorhin bin. Kann ich hier mal auch? Möge! Puh! Puh. Puh! Puh! Das war's für heute. Scheiße. Wollte ich doch gar nicht jetzt. Oh, nein. Komm, noch mal kotzen lassen. Okay, sage ich noch nicht. Verschimmeltes Brot und so was alles. Ja, aber das sage ich nicht. Oh, mein Gott. Sign my game. Oh, schau. Schau. Sign my game. Hm. Wo ist das Ding hin? Da ist er, oder? Wie komme ich da rüber? Ja. 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 mal, wer durchtestet. Oh nein! Ich hab nicht drauf geachtet. Ach, ist doch nicht. Aber ich hatte ja sowieso keine Möglichkeit, da wegzukommen. NEIN! Oh Gott, sie fixen Türken eigentlich. Das ist doch nicht normal hier. So, Level hoch in Level 8 und Level 8 und Level 9. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab nicht drauf geachtet. Ja, 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 ja. Oh Scheiße. So, schnell nach Level 9. Und das Teil haben wir ja auch schon Level 9. Also können wir jetzt von Level 9 ohne Probleme gleich uns eine Telefonzelle... Ach, Telefonzelle. Ich hab gestern Doktor Wu geguckt. Die elfte Staffel. Deswegen bin ich voll auf Telefonzelle, denk ich mal. Das ist doch nicht normal. So, schnell nach kraken. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab nicht drauf geachtet. Endlich. So jetzt sind wir Level 10. Na komm doch hier. Yum, yum, yum. So jetzt geht's. So jetzt geht's. So jetzt geht's. So jetzt geht's. Nein! Scheiße! Aloha! Flixt anzunehmen! Sehen Sie die Landkarte? Die sah irgendwie aus wie ein Smiley. Ah! Scheiße! Ja! Kommen wir weg! Nein! Nein! Scheiße! Shhh! Ich muss mir demnächst noch ein paar Schenke kaufen. Komm her, Professor! Oh Scheiße, das wollte ich doch nicht! Okay! 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 Kettoblaster, baby! Hat der hier noch was? Ist das ja ein anderer? Das ist ja also der gleiche, aber... So... Hallo Herr heute Morgen! Ich bin sicher. Ach du hast du gesehen? Halt du밍 ZONE Ah! Biii Das war's für heute. Ach Mensch. Die sind dreckig jota. Ja, ja, ja. Get out of the doorway! Woah! Oh, shit. Malovo. Oh, mein Mensch. Aloha. Ja, ich weiß, Aloha. Au. Nee, die war jetzt mal nicht. Oh, ist er nicht. Ho, ho, ho. Ich kann nicht sehen. Irgendwo muss da dieser Teil sein. Ich könnte jetzt nur noch hier oben sehen. Ach, Pommes. Ich kann nur noch hier oben sehen. Oh. Das ist Liebe. Oh. 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 Ich kann es nur noch hinten rein. Geh! 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 Zeig! Geh! Das ist eine coole Nacht jetzt und kann mir keine Geschenke kaufen. Ganz toll. What is love? Earthquake! Yuck! I'm getting sick! Blah, blah, blah! Blah, blah, blah! Blah. Wake up! Wake up! Huh? Das kann doch nicht sein. ist denn das versteckt? ich wollte eigentlich nur... naja... Das gibt es einen schwersten Mortar, hinten der Hmmmm 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 Hey, cut it out! Nein! Wer ist da? Meine Geschenke ein bisschen befröschen hier. Ja! Oh, der Scheiße kommt schon wieder. Fliegende Geschenk. Okay. So. Jetzt habe ich ein paar Geschenke. Gucken wir, was war das Schönes mit bei haben. Ist der ja nochmal Flügel oder sowas. Oh, Telefon. Genau. Da rennen wir erstmal hin. Oh, ist das Telefon schon wieder weg. Zusätzliche Dollars. Komm mal. Komm mal. Ja. 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 Dann müssen wir hier rüber irgendwo. Ja. 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 dommer Oh, look! Oh, look! I'm your biggest fan! Money! Money! Also ich kann hoch, hier ist kein Teil. Jetzt habe ich alles umsonst verbraten, ich habe doch kein Profil, wenn man eine Landkarte komplett aufdickt. Ich dachte da ist noch ein Raumschiffteil, Level 10, nein ist es nicht, da können wir Level 10 gleich hinter uns lassen. Seht ihr das mit dem Smiley, Nase, Auge und der Sand sieht so aus wie ein Trieferauge. Wenn wir noch ein paar Schenker finden, nehmen wir die Schenker. Ich werde die Schenker verletzen auf. Ich werde die Schenker nicht verschieben. Ich werde die Schenker nicht verschieben. Ich werde das Schenker nicht beschleunigen, aber ich werde die Schenker nicht verschieben. Ich werde dir mit Gästen. Oh Oh Aus Das ist die falsche Telefonzelle Das ist die Ist halt er der Also stand da 11 ok Psst Hey you Psst Hey you Psst Hey you Psst 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 Ah, der geht mir auf den Pocher. Money! Money! Hey! What's going on? I think... Hey! My lovely house! Mensch, ich will doch nur das letzte Teil von dem Raumschiff finden. Hey! Hey! Help! Wow! Help! Wow! 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 genug Dollar habe ich jetzt, aber ich kann nichts kaufen. Hey! Cut es aus! Hey! Cut es aus! Hm-mmmmmm jetzt haben wir mal was anderes aufdecken können wo ich nicht hin kommen wir gleich ich habe Oh, da haben wir doch, endlich, ah nee, ist das Teil 9 von 10, scheiße. Ach, das wollte ich doch gar nicht, das wollte ich gar nichts finden, nee, wieso habe ich mir jetzt, ach ich habe die Karte ausgeblendet, außer sehen. Level 12, ein Teil wäre sonst noch. Eine Drohne, definitiv haben sie hier noch einige hinzugefügt. Das ist klar. Hey, hurry up! Money! Earthquake! Money! 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 Ahem! Ahem! Man, schlatteste,Viewer. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Hey, cut it out! Oh mein Gott, ich bin dein größtes Fan! Sorry! Sorry! Ah, hier unten ist er. Nein! Da wollte ich doch gar nicht hin. Ach, so konsultant. Englisch! Alle Teile gefunden. Und das war nur die Tutorial-Welt. So. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wartet! Wir haben die Tutorial-Welt jetzt abgeschlossen. Wir haben eine Raumschrift zusammengebaut innerhalb der Tutorial-Welt. Wir haben es uns angeguckt. Das ist so freaky, dass es schon wieder geil ist, das Spiel. Ich kann... Also auf jeden Fall haben sie da eine Grafik was gemacht. Also es wäre jetzt nichts, was ich jetzt wirklich rund um die Uhr spielen würde. Also die ganzen Tage. Ich habe jetzt hier... Oh, scheiße! Anderthalb Stunden fast gespielt. Ehe mal so ein Raumschiff zusammenbauen und dann nächsten Tag vielleicht weitermachen oder dann noch was anderes spielen. Ja, aber das ist so freaky, dass ich es nicht am Stück spiele. Also nicht so wie jetzt, was weiß ich, Assassin's Creed, wo ich dann halt fünf, sechs, sieben, acht Stunden spielen könnte. Das wäre das jetzt nicht für mich. Aber so für eh zwei Stunden am Tag zum Entspannen ist das schon ja nicht mal so schlecht. So, wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen wäre, Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, dann in die Kommentare posten. Ich wertet, so wie es ist. In 4K mit 60 FPS hochladen. Äh, ohne HDR. Äh, ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein, Ahoi. Das hat euer Odin.